Hallo und herzlich willkommen bei Swagtab. Heute ist es endlich soweit. Nachdem wir uns in den letzten Wochen ja schon das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus ausführlich angeschaut haben, ist seit heute auch endlich das iPhone 10 in Deutschland verfügbar. Und ja, es heißt tatsächlich iPhone 10 oder iPhone X und nicht iPhone X, zumindest nennt Apple es so. Seit langem bekommen wir hier endlich wieder ein iPhone mit komplett neuem Design und vor allem auch deutlich dünneren Displayrändern. Das Ganze hat Apple typisch natürlich seinen Preis. Das iPhone 10 kostet mindestens 1149 Euro und für einen Fingerabdrucksensor war auch kein Platz mehr. Das Ding wird jetzt über euer Gesicht und Face ID entsperrt. Ich will nicht lügen, ich bin extrem gespannt auf dieses Smartphone und kann es kaum abwarten, das Ding jetzt endlich in der Hand zu haben. Deshalb würde ich sagen, verpleppern wir keine Zeit mehr und packen es endlich aus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Eigentlich sehen wir hier eine typische Apple-Verpackung, würde ich jetzt mal behaupten. Sie ist weiß und auf der Vorderseite ist eben eine Abbildung des iPhones zu sehen. Nur jetzt eben ist das das iPhone 10 mit den schönen dünnen Displayrändern. Wenn wir uns im Vergleich mal die des iPhone 8 anschauen, dann sehen wir wirklich kaum Unterschiede. Gut, das war hier so ein Off-White-Ton, passend zur goldenen Farbe. Das haben wir hier jetzt aber natürlich nicht mehr. Was ich damit sagen will, bei der Verpackung hat sich schon mal nicht viel getan. Anhand des Wallpapers soll man auch schon die Farbe erkennen können, in meinem Fall Space Grau. Beim silbernen Modell wäre dann der Rahmen etwas anders und auch das Wallpaper an sich eben. Es gibt auch nur Space Grau und eben Silber und es gibt zwei Speicherversionen. Einmal hier 64 GB für 1149 Euro und dann noch 256 GB für 1319 Euro. Das sind natürlich brutale Zahlen, aber ich finde fast so, was Preis-Leistung angeht, ist fast dieses Mal das 256 GB Modell die bessere Wahl. Ja, weil da ist der Aufpreis dann einigermaßen zu rechtfertigen, sage ich mal, für mehr Speicher. Ihr kennt das bei den Apple-Verpackungen, zumindest bei den iPhones. Ich glaube schon seit zwei Jahren kann man die jetzt einfach öffnen, indem man das Ganze hier so aufzieht. Man muss nichts mehr aufschneiden mit diesem Pull-Tab und dann ist die Verpackung auch schon befreit von diesem Plastik und dann kann man das Ganze hier einfach annehmen. Das geht schön ohne Probleme, war auch schon mal anders. Und jetzt schauen wir einfach mal, was denn alles mitgeliefert wird, ob sich hier irgendwas geändert hat. Ganz oben steht Design bei Apple in California. Hier seht ihr schon das iPhone, aber wir schauen jetzt erstmal, was alles am Papierzeug mitgeliefert wird. Hallo, also Quickstart-Guide in diversen Sprachen. Das SimiJack-Tool natürlich, Sicherheits- und Garantieinformationen und die Apple-Sticker. Also hier ganz normale Standardkost, würde ich jetzt mal sagen, exakt das gleiche wie schon beim iPhone 8 und 8 Plus. Und dann haben wir hier den Star der Show. Das ist das iPhone 10. Ich habe es jetzt tatsächlich auch zum ersten Mal in der Hand, aber so schwer das ist, ich lege es jetzt beiseite und wir schauen uns erstmal noch kurz den Lieferumfang an. Dann sehen wir hier gleich schon die Earpods, nicht Airpods. Also hier ganz normal die Standard-Kopfhörer von Apple mit dem Adapter von Lightning auf 3,5 mm Klinke, weil natürlich auch das iPhone 10 keinen 3,5 mm Klinkenanschluss mehr besitzt. Hier, also bis hierhin alles ganz normal. Das gilt auch für dieses Kabel hier. Das ist ein ganz normales USB auf Lightning-Kabel, wie es schon seit Jahren mitgeliefert wird. Und ich denke mal auch beim Netzteil gibt es keine Überraschungen. Das machen wir mal ganz schnell auf, weil ich mir den Output sicher, hätte ich jetzt nicht machen müssen, weil der Output hier unten steht. Will ich mir aber sicherheitshalber nochmal anschauen, das ist ganz normal dieses 1 Ampere Netzteil. Fast Charging geht ja mit dem Ding. Dafür bräuchte man aber entweder ein iPad-Netzteil oder wenn es ganz, ganz schnell gehen soll, dann ein MacBook-Netzteil von den neuen USB-C-Macbooks und ein Kabel von USB-C auf Lightning. Wird hier aber natürlich nicht mitgeliefert und kostet nochmal viel Geld. Wir fassen zusammen der Lieferumfang exakt der gleiche in meinen Augen wie beim iPhone 8 und 8 Plus. Hier gibt es schon mal keine Überraschungen. Das ist es jetzt also, das iPhone 10 noch komplett in Folie. Deshalb sage ich jetzt mal noch nichts zu meinem ersten Eindruck und ziehe erstmal hier mit euch die Folie ab. Ist ja bei Apple wieder diese Doppelfolie. Und ich hoffe, man konnte was hören. Das ist ja, ja, ich sage es immer wieder, so der schönste Moment bei einem Unboxing, wenn man die Folie abziehen kann, finde ich zumindest. Jetzt habe ich es also in der Hand, das iPhone 10. Was gibt es zu den Abmessungen zu sagen? 144 x 71 mm, es ist 7,7 mm dünn. Und ich gebe euch jetzt erstmal einen Größenvergleich mit dem iPhone 8 und dann seht ihr, die beiden nehmen sich größentechnisch kaum etwas. Obwohl das iPhone 10 natürlich ein deutlich größeres Display hat. Und jetzt gebe ich euch auch noch einen Größenvergleich zum iPhone 8 Plus. Auch da hat das iPhone 10 auf dem Papier ein größeres Display. Aber im Endeffekt, wenn man quasi die Seitenverhältnisse mit einbezieht, sind die Displays in etwa gleich groß. Und dann sehen wir, das iPhone 10 ist deutlich kompakter, deutlich handlicher, eben wegen diesem deutlich besseren Display-Oberflächenverhältnis. Das Einzige, was mir auffällt, gefühlt ist es etwas dicker als die anderen beiden. Vor allem als das iPhone 8, aber das mag vielleicht auch Einbildung sein. Dick ist es auf gar keinen Fall. Gewicht 174 Gramm, damit deutlich leichter als das iPhone 8 Plus, was ich jetzt die ganze Zeit genutzt habe. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Das Display, ich habe es glaube ich vorher schon mal kurz erwähnt, 5,8 Zoll, damit das größte iPhone-Display, das es je gab. Zumindest auf dem Papier. Es ist auch erstmals ein OLED-Display. Apple nennt das Ganze Super Retina HD oder Super Retina HD. Aber wie gesagt, es ist einfach ein OLED-Display. Löst mit 2436 mal 1125 auf. Macht dann 458 ppi. Ist natürlich wieder so ein eigenes Apple-Ding. Ich glaube, das Seitenverhältnis ist sogar nicht 18 zu 9 und auch nicht 18,5 zu 9, sondern irgendwas 19,12, glaube ich, irgendwas ganz Ungerades. Also noch krasser als bei Samsung oder LG zum Beispiel. Bin ich sehr gespannt, wie sich das im Alltag so schlagen wird. Es ist eine Pentai-Matrix und wir haben auf dem Papier die gleiche Helligkeit wie beim iPhone 8. Da es HDR-zertifiziert ist, muss es die auch erreichen. Bin ich auch extrem gespannt drauf auf das Display. Okay, oberhalb des Displays dann das Einzige, was nicht Display ist, sage ich jetzt mal. Diese Notch, über die ja in letzter Zeit so viel diskutiert wurde. Diese Aussparung. Da haben wir zum einen die Hörmuschel, aber auch die 7 Megapixel Frontkamera, die nach wie vor eine Blende von f2.2 hat. Und dieses Face-ID-System, sage ich jetzt einmal mal, das unter anderem Portrait-Licht und den Portrait-Modus, was wir von der Hauptkamera des Plus-Modells kennen, jetzt quasi auch mit der Frontkamera ermöglicht. Und die Animojis, also animierte Emojis, zeige ich euch alles im Review noch ganz ausführlich. Und eben auch Face-ID, also über diese Notch hier oben wird das Ding dann quasi entsperrt, im Zusammenspiel mit eurem Gesicht. Und ich hoffe, man kann das hier jetzt einigermaßen erkennen. Das Display-Oberflächenverhältnis ist einfach nur krass. Ich bin gespannt, wie mich diese Notch hier stören wird, aber ich gehe da mal ganz neutral ran. Schauen wir mal. Kommen wir zum Rahmen, der ist in Hochglanzoptik gehalten und besteht aus Metall. Da bin ich jetzt positiv überrascht. Mir persönlich gefällt das silberne Modell deutlich besser, das sollte ich hoffentlich auch bald bekommen. Einfach nur, was die Optik angeht. Aber dieser Rahmen hier, der so, ja, fast ganz dunkelgrau ist, würde ich jetzt mal sagen, also auf keinen Fall schwarz. Und eben Hochglanzoptik, der wird wahrscheinlich schnell zerkratzen, aber sieht sehr, sehr gut aus und fühlt sich auch hochwertig an. Auf der linken Seite dann der altbekannte Mute-Switch und die Tasten für lauter und leiser, wirken ganz gut verarbeitet. Auf der Unterseite der Lightning-Port und ich denke mal wieder ein Lautsprecher und ein Mikrofon. Der zweite sollte ja in die Hörmuschel integriert sein. Muss ich erstmal testen, ob das auch beim iPhone X tatsächlich so der Fall ist. Auf der rechten Seite dann der Power-Button, der größer geworden ist auf jeden Fall. Und der Einschub für eine Nano-SIM-Karte. Das Ding unterstützt nach wie vor natürlich nur eine SIM-Karte. Und der Speicher, der 64 oder 256 GB groß ist, kann natürlich Apple-typisch nicht erweitert werden. Die Oberseite ist dann absolut blank gehalten. Und wie eben schon erwähnt, haben wir keinen 3,5 mm Klinkenanschluss mehr. Dafür ist das Ding natürlich IP67 zertifiziert, also gegen das Eindringen von Wasser und Staub geschützt. Damit werden wir jetzt auch schon bei der Rückseite angelangt. Es gibt, wie gesagt, nur zwei Farben. Sie besteht aus Glas. Das hier ist, wie ihr unschwer erkennen könnt, das Space-Graue-Modell. Und ich kann euch sagen, das ist exakt die gleiche Farbe in meinen Augen, wie auch schon beim iPhone 8 und 8 Plus. Ich dachte erst so auf den ersten Bildern, dass die Farbe irgendwie ein bisschen anders aussieht, ein bisschen mehr spiegeln würde. Ist jetzt so, was ich bisher sagen kann, aber nicht der Fall. Das gilt auch für das Silberne-Modell. Das scheinen exakt die gleichen Farben wie beim iPhone 8 und 8 Plus zu sein. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schick aus. Dann fällt hier sofort die Dual-Kamera auf. 12 Megapixel, die, ja sag ich mal, die bessere von beiden. Die Weitwinkel-Kamera mit einer Blende von f1.8. Und die zweite, jetzt wird es ganz interessant, die hat nämlich eine Blende von f2.4. Ist auf den ersten Blick schlechter, aber besser als f2.8 beim iPhone 8 Plus. Und vor allem beide mit OIS, also mit optischem Bildstabilisator. Auf die Ergebnisse bin ich schon extrem gespannt. Natürlich können wieder 4K-Videos mit 60 Frames per Second aufgenommen werden. Und die Kamera ragt ziemlich deutlich aus dem Gehäuse hervor. Ich hoffe, das kann man erkennen. Das macht die Konkurrenz teilweise schon besser. Wir haben dann einen 2716 mAh starken Akku, wie wir jetzt mittlerweile definitiv wissen, in so einer L-Shape. Ist sogar etwas mehr als beim iPhone 8 Plus. Auf die Akkulaufzeit bin ich extrem gespannt. Wireless-Charging wird dank der Glasrückseite natürlich auch hier unterstützt. Und wie gesagt, auch Fast-Charging, wenn ihr eben das nötige Equipment dafür besitzt. Ich drücke jetzt einmal drauf und ich hoffe, das Ding ist schon geladen. Und es ist, ja, es ist geladen. Nicht so wie bei meinem iPhone 8 Plus letztes Mal. Wenn es hochfährt, gebe ich euch die restlichen technischen Daten durch. Als Plattform sind wir momentan bei iOS 11.1, meine ich. Prozessor ist exakt der gleiche wie beim 8 und 8 Plus. Der Apple A11 oder A11 Bionic. Ein Hexacore-Prozessor. Momentan so der stärkste auf dem Markt. Dazu gibt es dann ganze 3 GB RAM. Und jetzt seht ihr das ganz gut, was ich meinte mit dem phänomenalen Display-Oberflächen-Verhältnis. Ich muss jetzt sagen, ich habe es wirklich zum ersten Mal in der Hand heute im Apple Store nicht angefasst. Das sieht schon echt beeindruckend aus. Nicht unbedingt deutlich beeindruckender als zum Beispiel beim Samsung Galaxy S8 oder bei LG. Aber ich muss sagen, ich persönlich mag ja diese Notch. Ich weiß, viele hassen das. Ich finde, das sieht mega futuristisch aus. Insofern, erster Eindruck ist auf jeden Fall, ich will nicht sagen begeistert, aber ich bin auf jeden Fall angetan. Ich werde das Ding jetzt in den nächsten Tagen natürlich ausführlich testen. Es folgen diverse Videos. Ich mache gerne wieder ein Einrichtungsvideo, weil das schon viele angefragt haben. Dann natürlich auch ein Benchmark-Video. Und jetzt natürlich hier wieder der Appell an euch. Was wollt ihr sehen? Was muss ich unbedingt testen? Was muss ins Review mit rein? Wozu wünscht ihr euch extra Videos? Wollt ihr wieder so ein Tipps-und-Tricks-Video? Ich bin auf euer Feedback gespannt. Was haltet ihr von dem Ding? Ja, lasst es mich alles unten in den Kommentaren wissen. Das soll es von dem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.